Liebe, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Hier stehen wir im Hintergrund Action. Endlich mal. Wir haben Arseni, Leonie und Anna dabei. Nikita ist noch in der Schule. Ja, dann würde ich mal sagen, ich gebe mein Bestes und euch viel Spaß beim Zuschauen. Nimm mir einfach ein Körbchen. Arseni, nimmst du einfach ein Körbchen. Was für eine Tasche brauchen wir für den Urlaub? Also so eine Strandtasche. Ja, die ist sogar Kühltasche, 3,44. Wollen wir die nehmen? So eine Gelb oder Blau? Rosa wollte ich jetzt nicht, aber guck mal nach dem Verschluss. Die ist doch gar nicht so. Doch, die ist richtig gut, die ist so kühl, ne? Der Reißverschluss muss so gut funktionieren. Ja. Pikachu Kopfhörer und... Pikachu Kopfhörer? Ja, für uns. Für 4,99 so ein Summerset. Und da guck mal aus dem richtigen Bambus. Solche... Der ist cool. Also ja, Kerstin. Kann man anmachen. Das brennt dann. Und dann rumlaufen. Dann rumlaufen. Hier, hast du nicht das gesehen? Boah, was für ein riesen Ding. Den wollte ich. Aber das nimmt sowas von viel Platz im Urlaub. Also im Auto. Guck mal. Ich weiß. So ein riesen Ding ist, ne? Auffüllpatron. Ist riesig. Da kommt schon viel Liter. Ja. Dann haben wir hier noch so Bodycreme Lation. Dann haben wir hier so Booster. Vitamin C. Okay. Dann haben wir hier super Booster. Und verschiedene Sorten. Ja, das ist gut. Vogelhäuschen. Aber total klein. 1,99. Guck, hier steht auch. Guck mal ganz wenig klein. Hier kann man das Haus bieten und so. Ja, kann man ein Flugzeug machen und sowas. Was denkst du, Lena? Aber hier ist doch viel mehr drauf, Schatz. Okay. Wirklich? Ja, klar. Was denkst du, was ist Papas Lieblings? So, hörte hier so. Ja, ich finde auch, guck mal, diese Boxen. Organisiererschubladen. Guck mal, Leonie, voll schön. Auch so zum Beispiel für den Schmuck. Obwohl hier hätte ich sowas für den Schmuck. Was kleines. Trinkbecher mit Bambusdeckel. Richtig schön. Die ist richtig schön. Ja, die sind auch schön. Das, was du wolltest bei Auktion. Achso, das, was ich wollte. Aber ich wollte größeres. Ist du sicher? Frag mal nach. Was ist das? Was hast du entdeckt? Becher? Zeig mal uns. Joghurt. Joghurt. So, was habe ich hier entdeckt? Essigreiniger mit Eukalyptus. Ne? 59 Cent und dann haben wir hier Natur Essigreiniger. Ja? Das ist hier. Sonst hatte ich gehabt, der ist überhaupt nicht so. Hier steht. Guck mal. Guck mal, für was das ist. Du kannst alle. Ja, für Unkraut. Ja. Ich glaube, Papa hat so eins. Nein, Papa hat nicht. Papa hat so eins. Ich glaube schon. Was haben wir hier? Ameisen. Ja, eigentlich ist das nicht teuer, so. Anti-Killer. Das ist auch Ameisen, Ameisen. Auch Ameisen. Was ist das? Das ist so ein Ding für, also Zecken und alles mögliche, ne? Sowas. Ich glaube, sowas hatte ich mal gehabt. Ich weiß nicht. Aftercare. Ich brauche irgendwas. Das brauchst du wirklich. Das haben wir auch. Guck mal, das ist so. Was ist das? Ist das für die Insekten oder sowas? Moskito und Sekten? Ja. Guck, das hast du... Ich muss mal gucken, ob das gut ist. Das brauchst du. Guck, das hat solche Kran, dass, wenn du etwas reinmachen willst, nicht wie wir machen mit dieser Hacke. Das ist eine Spezialhacke. Du machst so und dann musst du die in den Löchern reinmachen. Genau das wollte ich. Hier gibt es ein größeres für 6,95. Willst du? Nehmen wir ein kleineres, 2,40. Was für ein Leonie oder Arsenie, was gefällt dir? Den. Das mit Grau. Mit Grau gefällt mir auch irgendwie. Passt zu unserem Zaun besser. Grau? Ja. Okay, dann nehmen wir den. Wir wollen helfen, die Natur. Cool, genau. Insektenhotel haben wir jetzt. Jetzt. Ich finde diese hier, Wasserballons. Das ist cool. Das können wir auch für den Urlaub nehmen. Das ist auch ganz cool. Ja, die Muscheln, ne? Wollen wir? Ja, das ist eigentlich, man kann ja auch Sand spielen und ich liebe ja Domino-Spielen. Hier sind so riesige Domino-Spiele. Zwei, vier Personen. Das ist auch cool. Der sieht sehr schön aus hier. Ja. Zwei, vier, vier. Das ist auch schon. Sieben Euro. Ja, der ist schon hier mit einem richtigen Sniper. Ja, der ist echt mega. 17 Euro. Richtig großes, cooles Ding. Skateboard. Also, ich weiß nicht, kennt sich damit jemand aus. Organöl Haarelixier. Keine Ahnung, ob ich das probieren will. Black Rose, also ne, schwarze Rose. Maske Aloe Vera. Die klingt gut. Was hast du? Rainbow Cake. Jetzt haben wir hier. Aloe Vera Serum. Ja, ganz viel gern. Achso, ja. Der ist nicht schlecht. Also, das Peeling, Peeling. Das Gerät habe ich. Also, das ist richtig gut. Das kann ich euch wirklich weiterempfehlen. Mhm. Wir haben hier verschiedene Varianten. Mojino, Mojito, Pinna Colada. Wollen wir diese nehmen? So, ihr Lieben, ich habe hier ganz viel Nudels. Ne? Also, zehn Stück. Wir mögen die ja total, diese Yum Yum Nudeln. Dann haben wir ja auf jeden Fall Insektenhäuschen gekauft. Bin jetzt so glücklich. Ja, sie hat sich so ein Apfel hier. So ein Apfel-Dings-Rutscher ausgesucht. Ja, was haben wir? Dann habe ich hier diese, ne, Travel Flights. Also, diese Socken. Ähm, die liebe ich ja total. Ich habe hier Probleme mit den Beinen. Dann haben wir hier After Sun Spray gekauft. Schon mal für den Urlaub. Dann habe ich hier so ein Roll-On, also so ein Roller auch, ne, plus 50 für die Kinder geholt. Was haben wir noch? Dann wollte ich mal hier Zitronella mal anders ausprobieren. Für Toilette speziell jetzt. Werde ich euch berichten. Dann habe ich hier, ähm, dieses Essigreiniger, ne, mit Eukalyptus. Ja, Eukalyptus steht hier. Mal gucken. Ausprobieren. Dann haben wir hier nochmal Thymian. Zwei Päckchen. Das haben wir noch. Hassini möchte für den Papa noch was hier basteln. Dann haben wir hier einmal für den Nikita. Also, da kommt Flüssigkeit raus. Leonie hat sich so einen Becher mitgenommen. Da war aber jetzt kein Löffel leider mit bei. Wir hätten eigentlich fragen sollen, ob das günstiger gibt. Haben wir beide nicht gefragt. Ja. 99 Cent hat er gekostet. So schön. Das war der Letzte. Ja. Und dann haben wir solche, was haben wir hier? So Gartenpflanzen, Sticks geholt. Brauche ich. Ja, dann haben wir hier irgendwie so Pinaculada, Mojito, so Cocktails. Na, wie heißt es denn? Eis? Äh, Eis. Nein, wie heißt es denn? Wasser Eis. Ja, steht hier Null Alkohol. Null Prozent Alkohol. Mal ausprobieren, ne. Und dann brauchen wir jetzt was zu trinken. Alma Mediumix. Nein, danke schön. Meine Lieben, wir sind fleißig hier. Wir sind fertig und ihr habt ja unter dem kleinen Einkauf. 20 Euro habe ich ausgegeben. Da habe ich mich beherrscht, weil ich muss ja noch woanders gleich viel einkaufen. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dennoch trotzdem würde ich mich freuen über eure Däumchen nach oben über eure Kommentare. Ja, und ein neues Abo. Immer herzlich willkommen. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Ihr habt ein Like da. Genau. Und dann lasst euch gut gehen. Genießt das Wetter. Und ja. Hab euch jeden Einzelnen lieb. Wünsche ich euch einen schönen, schönen Tag, schönen Abend, schönen Nachmittag, Nacht, Abend, Morgen, wann auch immer mein Video geschaut habt. Ja. Und bis zum nächsten Video. Tschüss, lieben. aku Jörg! Nee! Bei 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 beii bei 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 Porşuri berchnet ageben Wave das mal bitte?